Im Brüderstübchen Ja, gut. Alles okay? Ja. Das. Alles okay bei euch? Fertig vorgeplänkelt. Lass uns lesen. Wir sollten kürzer machen. Nee, ey. Herzlich willkommen. Und so weiter. Und jetzt lass uns lesen. Moin, moin. Oder? Ich hab jetzt auch einfach begrüßt. Oder begrüßt nur der Moderator. Ja, würde ich sagen. Weil du warst jetzt leise. Ja, ich hab zugenickt. Alles und begrüßt. Wir gehen ins Thema. Wir müssen auf jeden Fall einen wärmeren Filter diesmal draufpacken. Weil sonst wird uns eine Person sagen, dass das so düster ist. Ich hatte ja so einen düsteren Filter drauf. Echt? Der hat auch noch ein bisschen gewirkt, glaube ich. Also bei die schwerste Zeit? Nein, nicht die schwerste Zeit. Die letzte Folge. Da hat's gut passt. Bei Urlaubsfolge? Ja, genau. Bei der Urlaubsfolge. Ich hatte so ein bisschen so Dramatik. Aha. Okay. Sehr passend. Ja, also vor drei Folgen sozusagen. Also zwei Folgen waren jetzt erstmal dazwischen. Von der letzten Folge, wo wir über die Bergpredigt gesprochen haben. Und die hieß bei uns Preacher Brothers oder Brotherin. Was, glaube ich, ein altes Wort für Brothers ist. Und heute wollte ich da gerne mit euch einsteigen und da weitermachen. Ja. Und. Ja. Seid ihr soweit? Hast du Brawl Stars offen, oder? Brawl Stars? Warte, ich mach das Level noch zu Ende. Nein, ich hab die Bibel-App auf. Aber warte, ich mach das Level noch zu Ende. Nein, okay, okay. Warte. Ja, jetzt. Okay, Paul, liest du die auf jeden Fall gleich nochmal vorne? Welche Stelle? Die Stelle, die du... Johannes? Er hat's letztes Mal auch schon gedacht. Nee, Matthäus. Matthäus, was? Bis sieben. Aber. Also, wir wollen jetzt nicht die ganze durchgehen, sondern wieder so ein paar Verse würde ich gerne lesen. Matthäus, was? Kapitel 5. Matthäus, Kapitel 5. Also, ja, ich glaube schon. Wurde man wissen? Ja. Weil, doch, als Menno. Nee, bin ich nicht. Du bist ein ehemaliger Menno gewesen und da ist es sehr, sehr wichtig zu wissen. Die Frage ist, identifizierst du die Frage zum Menno? Kannst du das Register heute noch? Äh, teilweise. Ja. Matthäus, Markus, Lukas schaffe ich auch. Nein, also das Ganze würde ich nicht schaffen. Erste bis sechste Mose kann ich. Schon mal falsch, ey. Schon mal falsch. War das jetzt ein Witz? Natürlich, Paul. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher. Ich lasse das jetzt so stehen. Erste bis sechste Mose kann ich schon mal. Das ist gar nicht immer so falsch, weil du Jesua auch als sechste Mose ansehen kannst. So nehme ich. So nehme ich. So. Hat er uns alle reingelegt. Boah, wie oft ich heute gehen will, darf, warte mal, werde. Ja, bis morgen. Ja, wenn nicht wirklich. Dann lehne ich zurück und höre. Ereignis reichen Tag. Ich würde so gerne berichten, was ich heute erlebt habe. Aber es gibt ja kein Vorgeplänker. Kein Platz für unwichtige Sachen im Leben, sondern nur das Wichtigste. Dann haut mal es. Matthäus, Kapitel 5, Abvers 13. Ich habe letztes Mal bis die ersten zwölf Verse vorgelesen. Und jetzt lese ich mal Abvers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Vogel geht so ab, ey. Halleluja. Halleluja. Was ist denn her? Die Steine, die Steine, die rufen schon. Ja, Paul, danke für die schöne Lesung. Einmal vielleicht doch kurz zur Erklärung. Oder warst du noch nicht fertig? Ich war noch nicht fertig mit der Lesung. Okay, gut, lass uns erstmal bis hierhin. Das ist in Ordnung. Erstmal so ein Abschnitt. Ich wollte trotzdem einmal sagen, das ist ja heute eine neue Umgebung. Es ist das gleiche Haus. Und die Kamera steht auch im Wohnzimmer. Aber wir wollten heute mal eine Aufnahme draußen machen, weil wir einmal dieses Gerät hier ausprobieren wollten. In Zukunft wollen wir nämlich auch häufiger mal vielleicht draußen was machen. Und uns da nicht so ein Pferchen im Wohnzimmer. Und genau, das ist so ein Versuch plus frische Luft, die ich heute echt noch nötig hatte. Viel drin gewesen. Das ist die Erklärung, warum hier Vogelgeräusche zu hören sind. Ja. Wir sitzen auf dem Balkon. Ja, genau. Okay. Weißt du was? Die ersten Verse. Das waren die Verse 13 bis 16. Überschrift in der NGU war jetzt hier Salz der Erde und Licht der Welt. Ja. Also ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und so weiter. Weißt du, was ich komisch finde an diesem Salzbeispiel? Was für eine Kraft ist hier gemeint? Weißt du? Die einen sprechen von, weil es durstig macht, dass es so die Kraft des Salz ist. Dass ein Christ Durst macht auf Gott und so. Andere sprechen von dem, dass es haltbar macht, Essen haltbar macht und so. Ich finde ein bisschen schade, dass es hier nicht genau erklärt ist, was für eine Kraft des Salzes ist gemeint. Es hat ja verschiedene Fähigkeiten, sage ich jetzt mal so. Okay. Also ich hatte immer so eher den Gedanken, ob durch andere, weiß ich nicht. Aber Salz war damals eine... Konservierungs... Nee, nicht nur Konservierungs, sondern es gab selten. Salz war rar. Das ist so das weiße Gold gewesen. Das ist ein Gewürz gewesen. Und ihr seid das Salz der Erde. Also ihr seid der Salz der Welt oder was? Der Erde. Naja, auf jeden Fall. Wir sind das Gewürz quasi. Der Geschmack. Der Geschmack, ja genau. Sonst ist es halt fade. Sonst, wenn du jetzt so irgendwie, weiß nicht, Kartoffeln isst, jetzt komplett ungesalzen, dann schmeckt das irgendwie nach nichts. Das ist so, wo ist der Geschmack irgendwie so. Salz ist ein Geschmacksverstärker auch, ne? So verstehe ich das, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert. Wenn es keinen Geschmack mehr hat. Aber ich fand die anderen Ideen jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja, weil es gibt ja viele Predigten, die dann auch auf diesen Vers, aufbauen, aber was ganz anderes meinen. So was wie konservieren, haltbar machen. Wo ich einfach dann immer denke, ist das wirklich damit gemeint? Also kannst du dir das jetzt so einfach rausnehmen. Aber ja, verwirrt mich immer wieder bei dieser Stelle, wenn es um Salz geht, wo ich immer wieder denke, ja wie ist es eigentlich gemeint? Geschmackstechnisch, glaube ich, ist so das Hauptding, was mit Salz gemeint ist. Dass es so Gewürz, dass das so den Mehrwert gibt. Ja, genau. Salz hat im Ersten Testament sowieso eine ganz große Bedeutung irgendwie auch. Überhaupt in der ganzen Bibel, wenn du guckst, so alle Stellen zu Salz, wenn du jetzt guckst, okay, was für eine übertragene Bedeutung das haben könnte, hat es oft auch so eine übertragene Bedeutung. Auch im ganzen Opfersystem und so weiter. Salz war immer irgendwie so der Faktor, der es anders macht, der den Unterschied macht. Also ich glaube, deswegen benutzt Jesus auch dieses Beispiel mit dem Salz, weil das Salz mega wichtig war einfach im Orient, einfach auch im Alten Orient. Aber war es in Israel auch eine Mangelware? Durch das Tote Meer zum Beispiel gibt es doch extrem viel Salz. Guter Punkt. Ich erinnere mich an eine Stelle, wo die Israeliten aus Babylon ziehen durften. Die hatten die Erlaubnis von dem einen König. Und die durften jetzt gehen und dann durften die folgendes mit dem das, 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 das. Und dann steht da noch so ganz am Ende, und Salz ohne Limit. Irgendwie so Salz ohne Begrenzung. Ja, und dann war die Predigt natürlich so, okay, ihr seid das Salz der Erde und so weiter. Mit Bezug auf diese Stelle. Ich weiß nicht, ob die jetzt eine riesen Salzgewinnung vom Toten Meer damals schon hatten. Das weiß ich auch nicht, ob das nicht irgendwie eine Neuzeitserscheinung ist. Aber gut, das Tote Meer gab es auf jeden Fall schon auch damals. Also dieses Phänomen, was beim Toten Meer passiert. Genau, aber ob das da jetzt so krasse Mangelware war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, in diesem Beispiel soll es einfach verdeutlichen, sozusagen, okay, ihr, wie ihr mir hier zuhört, ihr seid das Salz der Erde, bleibt griffig, bleibt, habt, irgendwie so verstehe ich das, habt eine eigene Meinung, habt eine eigene Kante. So seid kantig, seid nicht angeglichen dieser Welt und mit Welt wieder so verstanden, das System dieser Welt, das so mitläuft und keine Ahnung und so gemeint. So verstehe ich das ein bisschen auch. Ja, passt ja auch auf den Punkt. Ich habe so einen coolen Film geguckt, vor längerer Zeit schon, da war, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber mit so einem richtig, meinem Lieblingsschauspieler, aber ich weiß nicht, wie der heißt, das ist so dämlich. In welchem Film kommt der Natt dann schon? Das ist so ein Breiter mit so einem langen Bart auch. Jedenfalls, irgendwie. Das ist auch jetzt ein Breiter, hätte ich jetzt The Rock gesagt. Nein, 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 nein. Das ist eine Ihre, glaube ich, aus Irland irgendwie. Und so, in dem Film geht es darum, dass einer, irgendwie der Pfarrer oder so, irgendwas mit Pfarrer, er ist jedenfalls in dem Film ein Pfarrer. Und er, Pfarrer oder Pfarrer? Nee, Pfarrer. Ja. Pastor, Pfarrer. Und dann begegnet er einem und er sagt, dieser andere sagt ihm, ich werde dich, komm, wir treffen uns da und da und da an diesem und diesem Datum und da werde ich dich töten. Coole Verabredung. Ja. Und das Ding ist, der geht auch wirklich dahin, aber ob er ihn jetzt tötet oder nicht, werde ich jetzt nicht spoilern. Ich weiß auch nicht genau, wie der heißt. Der Gedanke kam mir spontan. Jedenfalls, er hat so verschiedene Begegnungen und ich mag diesen Typen einfach. Und diese eine Begegnung ist zu einem und da sagt er, weißt du was, bei dir, du hast irgendwie überhaupt keine Kante, bei dir, du hast keine eigene Meinung. Kein Rückgrat. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was ich über eine Person sagen kann, sagt der Pfarrer zu ihm. Da dachte ich, krass, nicht irgendwie, dass er, der hat mit Mördern da zu tun, mit irgendwelchen. Aber er hat so zu dem gesagt so, du bist so ein Wischi-Waschi, du, keine Ahnung, du. Du hast nicht deine eigene Meinung. Ja, weil, wie, wie so ein, nur lebendige Fische schwimmen im, ne, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, sozusagen so dieses. Lassen sich von allem anderen trinken. Einer, der gegen den Strom schwimmt, einer, der, das ist für mich das Salz der Erde. Also, Salz macht den Geschmack aus, den Unterschied, er macht das Essen überhaupt erst essbar. Das Bild finde ich schon ganz cool, macht den Unterschied, sei anders, sei das gebürzt, mehr in einer Situation oder irgendwie so, ne. Also, wenn du jetzt Früchte isst, Obst isst, Gemüse isst. Da fehlt mir immer Salz, Daniel. Also, auf so eine schöne Erdbeere knall ich mir auch immer richtig schön Salz drauf, weil, fehlt mir einfach. Deswegen zweifle ich auch da wieder, so, dass die geschmackliche Komponente gemeint ist. Ja, auch, Daniel, das ist die geschmackliche gemeint. Okay, auf den Fisch, definitiv, musst du Salz drauf machen, sonst schmeckt's nicht. Ja, für eine Hauptspeise eigentlich, ich meine, du gehst ja nicht Frucht als Hauptspeise. Ja, die haben ja damals nicht hier Pilmeni und sowas gehabt, weißt du? Ja, weiß ich. Auf was auch immer das bezogen ist. Aber das Salz hat eine Kraft, sozusagen, nämlich das, was es ist. Und wenn das Salz fade wird, wenn es kein Geschmack verliert, wenn es die Kraft verliert, die Kraft seines Seins, wozu ist das Salz da? Und da gibt es viele Möglichkeiten und deswegen ist es für mich so unklar. Ja, aber ist ja auch egal, welche Möglichkeiten das jetzt im Endeffekt sind, sozusagen, aber es kann seine Kraft verlieren. Ja. Und die Kraft, wenn es die Kraft verliert, dann kann es weggeworfen werden. Ja. Dann ist es wie Sand oder so, oder wie Pulver, dass du das einfach nicht brauchst. Ja, nutzlos. Irgendwas. So, das soll nicht seine Kraft verlieren. Ja. Und so seid ihr. So, und ihr seid das Salz der Erde, ihr sollt aber eure Kraft nicht verlieren. Genau, das ist ja absolut genau das, was der Vers auch sagt. Ja. Kann man einfach so stehen lassen. Zu dem Film, den du nicht nennen konntest und auch zu deinem Lieblingsschauspieler, das Namen du nicht kennst. Brian. 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 Brian Helms. Also. Was ich sagen wollte. Es ist ja so. Du siehst auch aus wie ein Irre. Heute bin ich auch ein Irre. Ich habe heute schon um 4 Uhr nachts. Erzähl, erzähl. Ich finde, du bist irre und nicht ein Irre. Ja. Okay. Also. Es ging darum, mit diesem, du hast keine Meinung. Ich glaube, das wird mir manchmal auch nachgesagt. Also. Es gab Konflikte doch. Sag mir, wer das sagt. Wer hat das über dich gesagt? Wer hat das gesagt? Das war ich zu dem. Dieser Schauspieler, dieser Brian. Brian. Wirklich, wer das über dich gesagt hat, ich fahre heute Abend noch zu dem hin und gebe ihm die Hand in sich. Dominik. 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 Dominik in Bayern. Dominik. Ja, fahre mal hin. Krass. Es ging einfach darum, dass ich mich manchmal auch schwer tue, eine Meinung zu vertreten. Also wenn es irgendwie so ein Pro und Contra gibt, dann kann ich ganz oft beide Meinungen verstehen. Ja. Also wo ich sage so, ey, ja, kann ich voll nachvollziehen, dass du so und so gehandelt hast. Aber hätte man auch so machen können. Und dann, das ist aber auch irgendwo mein Job, ganz häufig, muss ich beide Seiten verstehen. Diplomatisch. Und dann darauf dann irgendwie reagieren, eine Lösung finden. Und ich muss sagen, das ist mit ganz, ganz vielen Themen häufig so, dass ich sage so, ja, gut, würde ich diesen Weg gehen. Also an jedem Ort gibt es kluge Menschen, die kluge Sachen zu sagen haben, ihre Argumente für ihre Meinung und so weiter, ne. Deswegen denke ich schon manchmal, ja, gehöre ich auch zu diesen Menschen. Also der Film heißt, ganz kurz, Nachtrag, am Sonntag bist du tot, heißt der. Und da geht es um diesen Pfarrer. Und der Schauspieler heißt Brandon Gleeson. Gucken wir den gleich? Nein. Aber vielleicht irgendwann mal. Auf jeden Fall ist der cool. Wir gucken eine Serie weiter. Ey, Daniel, kurz zu deinem Punkt nochmal. Finde ich sehr interessant und ich wege auch immer ab. Ich finde das auch immer schwierig, wenn ich, weiß nicht, meinetwegen auch eine Predigt höre oder so und dann hat einer so eine ganz starke Meinung vertritt dazu in einem Punkt und da finde ich dann immer so, ja, das ist jetzt so eine Seite, ne, denke ich dann immer so. Du hast jetzt die eine Seite beleuchtet, was ist mit den 17 anderen Seiten? Bitte vollständig beleuchten, alles. So, ne. Und da, ja, es gibt da so einen Film, dessen Namen ich nicht kenne und da ist auch mein Lieblingsschauspieler mit dabei. Komm da gerade nicht drauf. Matthias Schweig. Da geht es um diese Perspektiven. Eine Situation wird von sieben Leuten betrachtet, ich glaube sieben, aus verschiedenen Perspektiven und jeder nimmt das irgendwie ganz anders wahr und für jeden ist es auch die eigene Wahrheit, ne. Also das, was er da irgendwie mitbekommt, kriegt er irgendwie auch erklärt, ne, warum es so und so gelaufen ist. Also, auf jeden Fall, ne, also als Ergänzung. Aber ich finde es auch okay zu sagen, ich habe keine Meinung zu diesem Thema. Also man muss sich nicht immer in jedem belanglosen Thema, das in der Welt diskutiert wird, positionieren müssen. Das ist einfach unnötig und anstrengend. Sondern auch zu sagen, in diesem Thema habe ich keine Meinung. Und das ist auch okay. Das ist für mich kein wichtiges, kein relevantes Thema. Mir kommt so ein bisschen der Gedanke, die Generation, die letzte Generation, nein, die, ich meinte wirklich die letzte Generation, aber nicht diese eine Gruppe, sondern die Jugendlichen heutzutage, sage ich mal, eigentlich von 16 bis 24, sage ich jetzt einfach mal. Bei denen habe ich oft so ein bisschen so die Meinung, dass es gerade so eine Welle ist, wo, ja, dass sie gerade keine feste Meinung haben zu keinem Thema. Sozusagen, dass sie dann zu jedem, ja, könnte so sein. Das nervt mich irgendwie auch. Irgendwie, weißt du, so, sag mal, was du denkst oder so. Es ist irgendwie... Immer political correct, ne, also so. Das hat ja auch schon was damit zu tun, ne? Ich muss ehrlich sagen, mit so vielen 16-Jährigen habe ich gar nichts zu tun. Ich schon. Ich weiß... Ja? Das ist gar nicht so. Aber eben auch so zu ist eine political correct. Ach ja. Ich habe in dem Zusammenhang, ne, habe ich gedacht, 25, unsere Hörer, ne, wenn du die Statistik nimmst, ich glaube 100% zwischen 25 und 35. Das heißt, du hast, egal was wir jetzt über diese 16- bis 24-Jährigen sagen, scheiß ich gar keine Befugnis, gar keine Befugnis. Nein, nein, ist auch völlig egal. Wir können die richtig schlecht reden hören und so oder so, nicht? Bis 24, kurz vom 25. Geburtstag, kurz davor. Ja. Die sind alle verdorben eigentlich. Die sind eigentlich alle unten durch, ey. Bei mir unten durch. Nein, ey, mein Sohn ist 15, also ich habe auch 16- bis 24. Nein, aber... Weiß ich nicht, ich... Ich kenne auch welche, die haben so eine feste Meinung. Aber das tönt dich auch ab. Weiß nicht, dann sind die da voll klar und ich so... Ja, ja, komm. Ja, ja. Lebt noch mal ein paar Jahre und dann... Aber ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist, sozusagen, alle die, die eine feste Meinung haben. Ne, glaube ich nicht. Es geht doch gar nicht um Meinung, glaube ich. Ne, sondern sozusagen das, was in dich hineingelegt wurde. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Die kam mir jetzt auch spontan, aber... Ich will das hören. Das Beispiel? Ich will das hören, ja. Okay. Ich habe so einige Freizeiten mitgemacht, so Jugendfreizeiten als Leiter. WDL heißt die Organisation bei Starnberg war das. Also, das ist jetzt nur eine Situation, die ich beschreibe, aber ich glaube, die sagt vielleicht ein bisschen aus, was mit Würze gemeint ist. Und ich meine, da stelle ich mich gerade ein bisschen gut da. Darf man das? Darfst du. Okay, danke schön. In unseren Augen stehst du eh gut da. Okay. Also, es war so, wir sind, ich bin in so ein Auto gestiegen, ist es nämlich das Schloss und die Burg, da ist irgendwie ein Kilometer zwischen, ne. Und dann muss man, kann man mit, eigentlich laufen wir zu Fuß, aber irgendwer ist gefahren, bin ich mit eingestiegen, ne. Hand rausgehalten oder sowas. Ich kannte die Leute nur so semi, ne. Aber auf jeden Fall, im Auto hat jemand gut abgelästert über jemanden, den ich gut kannte. Also, was heißt gut kannte, aber einigermaßen gut kannte. Und so, ja, das geht gar nicht. Und hat irgendwie so gut gegen diese Person gewettert. Und dann bin ich aufgestanden. Also, was heißt aufgestanden? Hey. Ja, genau, im Auto aufgestanden. Nein, äh, vom, vom, aufgestanden in meiner, meiner Tat. Ja, so quasi. Und hab gesagt so, ey, ich möchte auch steigen. Ich möchte hier nicht mehr weiterfahren, weil ich, ich kenne diesen Menschen und ich mag den und hab einfach ein Standing gesetzt, ne. Und dann hat, ist gleich noch ein zweiter und dritter mit eingesprungen, ne. Aber, weil ich meine Meinung geäußerte, ich hab mich super unwohl gefühlt, dass über eine Person da irgendwie gesprochen wurde, die ich kenne und dann so irgendwie mitmachen oder irgendwie stehen lassen und so weiter. Das war schon irgendwie so, so eine angespannte Situation. Und da hab ich mich getraut. Es gibt auch häufig genug Situationen, wo man die Fresse hält, so, ne. Also, wie, wird es geben, ja. Aber in der Situation, weiß ich, hab ich meinen Mund aufgemacht und, äh, hey, das war super, ne. Also, und ich glaube, da ist es zum Beispiel so, ja, da hab ich den Unterschied gemacht. Da hab ich das Gewürz einmal für mich, aber auch für die Personen, die dann irgendwie mit dabei waren, die dann irgendwie auch mein, also mitmachen konnten, so in dieser Situation. So, ja, sei das Gewürz dieser Welt, ja. So, mach den Unterschied. Rede nicht immer mit bei jeder Kacke, die über andere geredet wird. Ja, sei mal freundlich, anstatt irgendwie so wie der Rest oder so, ne. Mach den Unterschied. Aber so im positiven Sinne. Und ich glaube, ähm, das ist damit gemeint, oder? Ja, finde ich wohl gut. Und das ist ja auch, hier werden ja zwei Beispiele genannt, und damit ist ein und dasselbe gemeint, so wie ich das sehe. Also einmal Salz der Erde, so, und so, wer das immer noch nicht kapiert hat, was jetzt so gemeint ist, noch, bringe ich euch noch ein Beispiel, nämlich Licht der Welt. Für mich, für mich, würde ich da eine Runde sitzen? Für dich, jetzt nochmal, okay. So, bevor Epsche anfängt zu diskutieren, jetzt hier mit mir, äh, dem Schöpfer der Welt, einfach komm, nochmal ein zweites Beispiel. Dann, dann hast du vielleicht begonnen. Aber, äh, das ist auch typisch, äh, für diese Argumentation, äh, wie, wie das damals immer so, oder auch heutzutage, aber auch, ich glaube, typisch für die, diesen, äh, Alt-Orient, dass man eine Sache versucht zu erklären, und dann viele Beispiele, und alle sagen ein und dasselbe. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel auch, äh, bei Josef, der Pharao, der kriegt erstmal so zwei Träume, aber die sagen eigentlich ein und dasselbe aus. Mhm. Weißt du, was ich meine, mit den, mit den sieben Jahren Dürre, sieben Jahre Ernte und so weiter, ähm, mit den mageren Kühen und, äh, und dann die Ehren. Und hier quasi auch nochmal so, jetzt nochmal das Gleiche, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand, noch ein Beispiel, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Mhm. Also, ja. Du machst hier eine Lampe und machst es komplett dunkel. Was? Ja. So, und das heißt, die Lampe hat ihre Wirkung verloren, ihre Kraft verloren, wenn du es unter das Gefäß nimmst. Sinnverwirr, ja, sinnverwirr. So, und genauso ist das Salz, verliert seine Kraft, wenn du es einfach... Wenn es die Kraft verliert. Wenn es die Kraft verliert, so. Ne? Wie das Licht die Kraft verliert, wenn du es abdeckst. Ja, ja. Und, ähm, ja, ein sehr gutes Beispiel, genau. Dass man da einfach, ähm, auch mal was sagt, äh. Ja, ähm, da habt ihr auch Beispiele. Ich hatte gerade, äh, eins, aber es ist mir jetzt gerade wieder entfallen, wo ich auf dieses zweite Beispiel eingehen wollte. Es ist, ähm, da muss ich an eine Doku denken, von diesem Weltentdecker, ähm, von Portugal, Mag... Malaghan, Malaghan. Magellan. Ja. Wie? Magellan. Magellan, ne? Magellan Passage. So, und er hat ja sich dann auch da so eine Truppe an Männer zusammen, das waren ja auch die übelsten Männer teilweise, und er war aber so der, der Moralische, und er hat... Jetzt weiß ich wieder das Beispiel, aber jetzt hier weiter. Okay. Geschichte, wie das dann am Ende ausgeht, ähm, und als er dann stirbt und weg ist, dann irgendwie überleben noch so ein paar, und die dann auch auf das Schiff wieder, und dann weiterreisen, ohne ihn. Aber dann war diese Moral weg. Mhm. Und dann wurden die, dann haben die die übelsten Sachen gemacht, also so, als wenn sie entfesselt waren. Mhm. Und dann haben die dort, also, sehr interessant, die Doku, dann die Frauen dort vergewaltigt, reihenweise und gemordet, und dann waren die halt einfach ohne Moral da, ne? Und er war so der, der das Ganze gehalten hat, und im Guten gehalten hat, und da denke ich halt auch so an Salz und Licht, ne? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er der Christ war und so, aber wenn du dieses Licht... Doch, ich glaube schon. ...wenn du dieses Licht ausknippst, dann ist Dunkelheit da, so, und dann gehen Dinge ab. Mhm. Das ist heftig. Ja. Ja, und jetzt, ähm, mein Beispiel passt dazu. Ich weiß nicht, ob man das immer so jetzt 1 zu 1 übertragen kann, aber war das Opa oder irgendjemand, der, ähm, von unseren Verwandten, ich weiß nicht mehr, ich glaube Opa war das, der irgendwie unter Tage gearbeitet hat, also ein Bergwerk da unten, äh, wo es sehr rau auch zugeht. Und der hat inwiefern mal so eine Atmosphäre da geschaffen, dass in seiner Gegenwart einfach komplett nicht geflucht wurde. Und die hatten alle Respekt vor dem, so, so ein Respekt, dass die das einfach nicht gemacht haben, voll krass, obwohl da richtig derbe geflucht wurde normalerweise. Ja, also, so. Und seine Enkel... Naja, ich meine, ich fluche ja schon hin und wieder. Wir sind in dem Sinne keine guten Beispiele. Ja, aber warte mal, guck mal, wenn du jetzt wieder irgendwo unterwegs bist, vielleicht jüngere Menschen auf Arbeit oder so, dann bist du ja auch, in deiner Gegenwart dürfen gewisse Dinge nicht gemacht werden. Und dann benehmen die sich in deiner Gegenwart besser, als wenn sie jetzt draußen irgendwo unterwegs sind. Ja, aber, aber der Typ, von dem ich gesprochen habe, der hat auch um Privaten... Noch eine andere Nummer. Der hat nirgendwo geflucht einfach. Der Typ, Opa. Ich weiß nicht, ob das... Doch, das weiß ich. Also, die Erzählung kenne ich auch. So gut erinnere ich mich ja nicht an Opa, aber das glaube ich schon. Ich glaube... Und? Also jetzt zu dieser Sache. Ich glaube, die hatten Respekt vor ihm, weil sie ja in ihm seinen Glauben abgenommen haben. Weil das, was er gemacht hat... Also, jetzt nicht nur überzeugt mit Worten, sondern mit Taten. Ja, ja, klar. Genau, überzeugt. Er war nur ein krasser, krasser Mensch, unser Opa. Und ich meine, Oma ja auch nicht anders. Und genau das passiert dann so. Dass sich Leute um einen herum plötzlich ihr Tier anpassen, als dass du dich ihnen anpasst. Genau. Das ist, glaube ich, echt ein guter Punkt. Gut gesagt. Ja, und dafür brauchst du halt Mut. Und du musst wissen, wofür du stehst. Und du darfst keine Angst haben. Unter Leuten dann, oh, was denken die? Oh, was sind die Konsequenchen? Sondern, ey, ist mir alles egal. Das sind meine Werte und für die stehe ich ein. Da fällt mir noch ein Beispiel ein. Und zwar, ich habe von Johannes Hartl, höre ich manchmal so ein bisschen seinen Podcast, unabhängig jetzt, was man von ihm hält oder so. Ist ein Mensch. Johannes Hartl ist ein Mensch. Auf jeden Fall. Ich kann ihn ganz gut hören und finde seine Gedanken oft klug und kann was damit anfangen. Aber natürlich auch mit einer gewissen Distanz irgendwie. Was heißt natürlich? Also ich mit einer gewissen Distanz auch ihm gegenüber. Aber trotzdem. Und er sagte so, er hat von früher erzählt, wie er so war. Und er sagte, ich war immer schon so ein bisschen anders drauf. Habe mich anders gekleidet. Und am Anfang haben die Leute sich so lustig über mich gemacht. Er hat einfach so voll sein Ding durchgezogen. Und die Leute haben so gemerkt, ja, okay, wir haben ihn jetzt ausgelacht, aber eigentlich ist es irgendwie auch nice, wie er sich anzieht. So irgendwie so ein bisschen speziell, ein bisschen anders. Und dann hat er, so wie du sagst, er die Leute auf seine Seite gezogen. Und er hat irgendwie so ein Spirit oder so, der es schafft, Leute zu überzeugen. Irgendwie, ne? Und ich glaube auch, dass welcher Geist lebt in dir sozusagen. Ich meine das jetzt nicht mit böser Geist oder keine Ahnung, sondern so... Welche Aura strahlst du aus? Ist es eine gute oder eine schlechte so in dem Sinne irgendwie, ne? Ja, genau, also, ja, irgendwie so. Obwohl ich jetzt nicht, ja, Aura, keine Ahnung, dies, das, aber... Na gut, welche Atmosphäre bringst du mit? Ja, und welche Atmosphäre schaffst du selbst? Ja. So, und... Nichts Spirituelles, so. Das meine ich gar nicht so. Wie schnell du auch was kippen kannst. Ich meine, klar, wir drei wissen das auch, selbst als Papa kannst du ja so da auch nochmal... Du kommst irgendwo hin zum Küchentisch oder wo auch immer, hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wenn du da schlecht gelaunt bist, die ganze Familie oder die Kinder können richtig schlecht gelaunt sein. Du kommst rein und hast so eine Frische, die du mitbringst. Was manchmal vorkommt. Manchmal auch genau andersrum. Dass du alles irgendwie so runterdrückst. Aber so, und dann kann es fast egal sein, wie die Kinder drauf sind. Wenn du das Ganze überstülpst, dein Ding, den überstülpst, dann kannst du das ändern. Andererseits kenne ich das auch oft, dass die Kinder durch ihre Laune es schaffen, dass auch ich schlechte Laune bekomme. Ja. Ich komme hier kaum rein, schon ist hier Streit am Tisch, schon nervt ihr euch gegenseitig an die ganze Zeit und habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann stimme ich ein in diese negative Stimmung und dann ist das wie so eine Abwärtsspirale. Dann, keine Ahnung, das jetzt nochmal zu retten, ist schwierig. Auf der Ziehe habe ich das, zumindest auf der Arbeit, wo ich vorher war, ganz häufig gemacht, wenn richtig miese Laune war und ich bin fast immer gut gelaunt. Also, ey, dann eine miese Laune brauche ich nicht. Hier, komm. Alle verteilt auf ihre Zimmer. So, und in 5 Minuten, 10 Minuten kannst du gerne auch nochmal hier auflaufen, aber dann mit einer anderen Laune. Sonst kannst du gleich wieder 10 Minuten gehen. Ja, aber das klappt häufig. So schon mal gar nicht, ne? Ist so, häufig nach 10 Minuten. Ja, okay. Ich gucke doch mit. Genau, mit welcher Voreinstellung die Kinder dann auch das schon machen. Weil oft ist es so, allein, wir fahren jetzt zur Oma und Opa, zum Beispiel. Du kannst jetzt so einen negativen Kommentar bringen als Kind jetzt. No, nicht schon wieder. Oder du sagst, ah cool, länger nicht gesehen. Wir können dann gleich das und das Spiel spielen. Da freue ich mich schon. Oh, Opa hängt bestimmt die Hängematte auf. Oh, so ein Gedanke, der ist schon mal schön. Und da freut man sich drauf. Oder als Lehrer, du kommst in den Unterricht rein. Jetzt als Kind. Und gleich, erster Kommentar. Oh, wieder Mathe. Ich so, ey. Jetzt, wenn du schon so kommst, ey. Und das kommt ganz oft, weißt du. Du bleibst draußen. Aber Klinke runterhalten. Damit ich weiß, dass du da auch stehst. Alle, die schlichte Laune haben, gehen jetzt einfach mal raus. Pause machen. Alle gehen raus. Du als Erster. Nein, aber ich meine, weißt du. Wenn du schon diese Einstellung hast. Und da sind einige, die machen das ganz bewusst extra ins Gegenteil. Und sagen, ey, ich hab voll Bock auf Mathe. Weil ich denen so gesagt habe, ey. Wieso diese Einstellung, ne? Und wenn du selbst mit einer anderen Einstellung schon an die Sache drangehst, wird die Sache wahrscheinlich anders sein. Ja. So. Ich glaube, ein bisschen weichen wir vom Thema ab, glaube ich so gerade. Aber grundsätzlich, dass wir den Unterschied machen. Genau, Unterschied. Und ich glaube, jeder kann da, wo er ist, wirklich einen Unterschied machen. Wenn du mutig genug bist. Und wenn du weißt, wenn du selbst überhaupt erstmal auf der richtigen Seite stehst. Also, wenn du selbst ein Miesepeter bist. Ja, dann bist du halt der, der das auch verbreitet, wenn du deinen Mund aufmachst. Ich glaube, dann muss sich jeder selbst erstmal auf die Spur bringen. Und dann mutig sein. Prieft euch, prieft euch. Ja, und dann. Und dann ess jetzt schon diesen Mal, oder? Prost. Ey, das war mein Becher. Mein Becher, mein Kleiner. Ich habe mir etwas mit einem Becherchen getrunken. Ja, wer hat mir etwas mit einem Becherchen getrunken? Ey, soll ich noch mal ein bisschen weiterlesen? Paul, lassen wir uns einmal kurz auf die Zeit schauen. Du mit deiner Wissen, ich glaube, das wird alles... Jo, Hammer. Wie ist es zeitlich? 40. 40 Minuten sind wir. Ja, dann können wir abrunden, oder auch? Ja. Wir kommen hier nicht weiter. Wir werden 27 Talks über die Bergpredigt machen. Aber jedes Mal irgendwie ein anderer Gedanke, oder nicht? Ich meine... Auf jeden Fall. Ist das jetzt thematisch abgeschlossen, oder geht es... Nee, ich finde, das geht thematisch jetzt nur ein bisschen anders. Das ist schon so ein Block. Also abgeschlossen. Gutes Thema, ja. Er sagte, nee, aber schon anders. Ich war auch kurz verwirrt. Nee, meinte ich, es geht so nicht weiter. Es ist abgeschlossen. Gut. Wobei das natürlich schon ein Komplex ist, in der Zusammenarbeit. Insgesamt schon, ja. Also, schön, dass du dabei warst. Eine Empfehlung hast du... Nee, wir haben eigentlich gleich noch die zweite Folge auf. Also die nächste. Ach so, das könnte man auch machen. Ey, eine Empfehlung hatte ich ja schon gegeben mit, ähm, am Sonntag bist du tot, äh, der Film, den finde ich sehenswert tatsächlich. Ab... Ab 25. Der Film ab 25. 25. So, ähm, ja. Wollt ihr noch ein Abschlusswort sagen? Ansonsten... Tanja? Du hättest die Zeit nutzen können, wie ich getrunken hab. Ja, ich muss aber auch noch überlegen. Ich auch, deswegen hab ich getrunken. Okay. Nein, ich hab jetzt nichts Spezielles. Keine spezielle Empfehlung. Macht den Unterschied da, wo ihr seid. Nehmt das mit. Ich find das eine coole Verse. Ja, dann, äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Oder hören uns. Wir hören uns und sehen uns. Wir hören uns. Wir wünschen, wir wünschen unseren Zuhörern, dir als Zuhörer, einen grandiosen Tag. Einen richtig guten Tag. Heute wirst du den Unterschied machen. Steh auf. Steh auf. Auch wenn du jetzt im Auge bist, steh auf. Daniel hat's auch geschafft. Er hat's gerade erzählt. Und, äh, ja. Genau. Unsere Zuhörer werden, sind das Salz. Die machen den Unterschied jetzt hier. Gut. Die meisten. Manche. Vielleicht. Zehn. Voll wieder runter machen. Oder einer. 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 Dann wird die Stadt nicht vernichtet, oder? Wahrscheinlich keiner. Zwei. Komm, sieben. Okay. Das war bezogen auf. Okay, das ist 19. Oh, er kennt sogar das Kapitel. Oh, Reflex. Weil er seine Arbeit darüber gemacht hat. Ach so. Ja, krass. Du hast da nochmal so eine Arbeit darüber geschrieben. Ja. Exegese. Ja. Okay. Tschüss. Hallo. Dir hat es gefallen? Dein Abonnier uns doch. Und über einen Like freuen wir uns auch. Daily страх. humble. Alles. Alles.